Dieser praktische Ford Transit 350 L2 H2 mit Heckantrieb könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür und Doppelflügeltüren hinten erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen Vinylboden und eine Holzverkleidung. Zu den Sommerreifen gibt es hübsche Radabdeckungen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Das Fahrerhaus bietet Platz für zwei Passagiere ganz bequem. Zu Ihrer Sicherheit verfügt dieser Transit über ABS, ESP, Airbag, Nebellampen vorne und eine heizbare Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehaben. Zum Radio-USB-Gerät gibt es auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem praktischen und äußerst robusten Ford Transit 350, Heckantrieb und mit seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben und hoffentlich viel Erfolg. Damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Lissmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Lissmann freut sich auf Sie.